Ja...ja...ja...ja...ja...ja...ja...ja...ja...geil! Stopp! Juhu! Zweiter Stock! Zweiter Stock für diese Produktion! Jo, Aichi! Bulli, Bulli! Ja, wir werden soweit! Biss! 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 Stoffel war's, Alter, oder? Stock Nummer drei! Dritter Stock! Ey, sag mal, das... Ja... Boah! Ey, ich glaub, die haben Sollenbruchstellen! Das fache ich! Mich kotzt das an, ich fand's grad voll geil! Oh, Mann, ey! Ich war grad... Ich fand's grad super! Scheiße! Vielleicht deswegen ist er auch gebrochen, weil ich zu... Ich hab zu viel Attitude in den Stock gelegt! Too much Attitude! Ja! In des Dick! Ja! Und...due...dre...quatre! Ja! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Nee, ich habe die letzten 20 Sekunden mit einem halben Stück gespielt. Ist schon wieder einer gebrochen. Außerdem ist mir die Muschel abgefallen und ich habe den Klick nur über ein Ohr gewählt. Und eigentlich ist alles passiert, was passieren kann. Aber dafür war es, glaube ich, ganz nett. Ich muss mir mal einen neuen Stock holen, weil heute ist echt Stockpillertag. Wie lange kommt der erste Gesang? Dreimal, oder? Ja, dreimal. Ich muss gerade noch die Flasche waschen. Ich muss die Flasche. 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 Denn, ich weiß nicht, wie gut ich mit Gitarre spielen auskenne, aber es geht da um Downstrocken oder sowas, wenn die Hand von oben nach unten geht. Ja, aber Sekunde der Kalle, ich weiß nicht, was er macht, vielleicht muss er nochmal kacken. Neues Plättchen. Ne, ein neues Bleck drumholen. Ein neues, schwarzes Schlagzeug, ein Bleck drum. Der fettet das jetzt ein, warum auch immer. Ja, das macht er immer. Dann läuft es schneller. Der fettet das jetzt.